Zellfußleut, es ist soweit. Es ist Blechbox Böller XL in der Waterzeit. So, jetzt machen wir mal an. Mann, das ist ja steuer. Das ist ja überreißig. Jetzt machst du ein bisschen Leben. Ah, da schweb auf. Ist jetzt ein Stäpsel. Ja, da ist ja wieder was. Schwachspartie. Das ist ja krass wie Tinschiss du jetzt im Wasser. Das ist ja die nächste Tinschiss. Ja gut, das war's gewesen. Fertig mit den Tinschissböller. Du kannst schaugen gleich aus, wenn du ihn ins Dicksicht los schmeißen darfst. Na gut, das war's gewesen. Also bis zum nächsten Mal und Zaufuß.